Hi, ihr seid bei Kaus Kanz, ihr seid bei Angie. Ja, ich habe da mal was entdeckt, nämlich auf der Rückseite vom Landesmuseum. Ja, und wer liegt da rum? Schauen wir mal, wer da rumliegt. Ich würde mal sagen, der sieht aus wie ein Saurier. Gott sei Dank lebt er nicht mehr, weil sonst, ja, das will ich mir gar nicht vorstellen, aber ich finde seine Position so cool hier. Er liegt so auf der Seite und das sieht so aus, als wenn er so, weiß ich nicht, Bauchbeine-Po-Training machen möchte, ne? Also Bein anheben, hoch und tief. Okay, gucken wir uns den mal genauer an. Der hat hier lauter Krallen. Okay, und jetzt gucken wir mal. Er hat ein Schwänzlein. Oh mein Gott, ja, jetzt gehe ich mal auf die andere Seite. Ja, es stehen hier mehrere Saurier. Die Namen, ja, würde ich ein Kind fragen, der wüsste sofort, was für ein Saurier das ist. Ich habe, ehrlich gesagt, keine Ahnung, ja, aber ich finde, er sieht imposant aus. Oh ja, so traurig ist das manchmal im Leben hinter mir. Ja, okay, wir schauen ihm mal ins Auge, ne? Ins Dinosaurier-Auge. Ja, es gibt hier gerade eine Ausstellung mit Dinosauriern. Jetzt gucke ich mal auf seine Zacken, sein Maul. Also es hat schon was, ne? Yes, und ich muss aber hier einen Break machen. Ich gehe nochmal auf seine Zacken. Die sind schon richtig gut gemacht. Jo, 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 jo. Mal gucken, hier oben. Hat schon ein bisschen was von Nessie, ne? Okay, so, ich drehe mal kurz um zu mir. So, ganz kurz. Hier wird auch noch gebaut. So, und jetzt drehe ich mal kurz zu mir um. Tja, und hier Angie und Saurier am Landesmuseum. Und es gibt hier noch zwei weitere. Also ich gehe mal auf Suche. Ich bin sicher, ich finde sie. Bis denn. Tschüss.